Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute präsentiere ich euch die Fächerbatterie Timetrap von Explode Fireworks. Diese Batterie hat ein Kaliber von 25 mm, brennt 55 Sekunden und hat eine Schusszahl von 53 Schüssen. Online könnt ihr diese Batterie ab 30 Euro erwerben. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß.